Der Farmpass hat kürzlich ein Update bekommen und heute möchte ich mit euch darüber reden, wie man ihn noch mehr verbessern kann. Weil 15 Euro für 3 Farmpässe ist halt extrem viel und macht auch für die meisten gar keinen Sinn, weil der erste ist ja einfach sowieso der Beste. Deswegen gehen wir mal den Farmpass durch und ich erzähle euch ein bisschen was zu dem Farmpass und was man so verbessern könnte oder was ich für verbesserungswürdig halte. Wenn ihr nämlich Geld in Haiti ausgibt, ist der Farmpass auf jeden Fall die beste Option das zu machen. Ihr bekommt zwar keine Diamanten, aber ihr bekommt so viele Vorteile aus dem Farmpass. Habt man auch bei der 1000er Challenge gesehen oder auch bei Projekt 100, wie gut man da einfach nur Sachen bekommt. Also sei es Schübe, sei es Geld, sei es XP oder andere Sachen, die man gut gebrauchen kann. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal durch. Also wir fangen mal an mit den Dekorationen. Dekorationen sind natürlich eine richtig gute Sache, dass die hier im Spiel sind. Das Problem ist nur bei den Dekorationen, dass es meistens alte Dekorationen sind. Pro Farmpass hat man vielleicht ein bis maximal zwei neue Dekorationen und einen neuen Hut. Das ist halt ein bisschen wenig und gerade auch bei den Dekorationen ist es so, letztes Jahr war eine Dekoration im Angebot und dann kommt sie ein Jahr später hier im Farmpass. Und das ist halt einfach auch ein bisschen unfair, gerade für diejenigen, die dann letztes Jahr dafür Geld ausgegeben haben. Ich meine klar, die hatten dann ein Jahr die Deko, wo für andere dann ein Jahr warten mussten. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht gerechtfertigt, dann die Dekoration einfach dann für, ja, umsonst oder halt für den 5 Euro Farmpass dann reinzustecken. Und damit dann zu werben, es ist ein neuer Farmpass, obwohl es die Deko schon mal gab. Deswegen finde ich gerade auch da, dass Haydee da ein bisschen mehr neue Dekorationen ins Spiel bringen kann. Und wenn sie das schon machen mit alten Dekorationen, dann aber auch richtig alte. Zum Beispiel die Haydee Buchstaben oder, oder, oder. Also einfach mal Dekorationen aus globalen Events wie die Sandkaterin, die es halt gar nicht im Shop oder so gegeben hat. Deswegen würde ich da eher so den Fokus drauf sehen an Dekorationen. Dekorationen, gerade die Deko, die halt man nicht erwerben konnte, sondern Dekorationen, die älter sind und auch aber selten. Das wäre halt ein cooles neues Ding und nicht so repetitiv, wie es gerade halt auch ist. So, die anderen Perks hier, die sehen wir ja zum Beispiel auch hier, wenn wir hier diesen Perk hier aktivieren wollen würden, dann haben wir Popcorn, Zuckermühle und Popcorn-Tortenofen. Und man kann hier halt immer zwischen drei Sachen auswählen. Und ich würde es halt richtig cool finden, wenn es diese Option für mehrere Sachen geben würde. Weil zum Beispiel, nicht jeder möchte leveln, nicht jeder braucht Geld, nicht jeder braucht Schübe oder, oder, oder. Und das wäre halt richtig cool, wenn man zum Beispiel hier schon beim allerersten Ding, wo es 23.000 Münzen gibt, einfach die Wahl hat, ob man Münzen haben möchte oder XP. Oder wenn wir hier ein bisschen weiter gehen, Puzzleteile. Die meisten, also nicht die meisten, aber viele von euch haben alle Tiere im Reservoir. Und gerade da macht es dann halt auch Sinn, eine Auswahl zu machen. Also, möchtet ihr Puzzleteile haben, möchte ich Klopapier haben oder Gutscheine. Also, dass man da einfach Leuten eine Auswahl gibt, was man wirklich haben möchte und nicht einen zwingt, da eine Kackbelohnung für zu kriegen, weil die Austauschbelohnung für Puzzleteile ist halt einfach immer scheiße. Deswegen wäre auch da gut, wenn man bei vielen verschiedenen Stellen, sei es XP, sei es Puzzleteile, sei es Kükengutscheine, sei es sogar Schübe. Man könnte hier auch bei den Geldstümen einfach sagen, wie beim Tal, da hat man ja auch die Auswahl zwischen drei Dingern. Nicht die Auswahl, da kriegt man drei Dinger, aber da könnte man ja dann einfach sagen, ey, wenn du die Belohnung bekommst, dann kannst du auswählen zwischen XP, Tom oder Schiff. Und das kann man ja bei allen vielen Sachen machen. Ich meine, die Option ist ja schon da. Und das wäre ja kein schweres Update, da ein bisschen mehr reinzusetzen. Und das finde ich halt auch eine coole Sache, gerade auch bei Landerweiterung oder Allgemeinerweiterung. Hier, guck mal, ich kriege fünf Landdruckkunden, zwei Backsteine. Aber wenn ich Backsteine und Landdruckkunden habe, wäre es doch richtig cool, wenn man dann eine Auswahl hätte, dass ich da doch das Äquivalent zu nehme, was ich noch brauche. Und das würde halt auch allgemein vielen Leuten dann nochmal den Farmpass schmackhafter machen und würde, hey, den nicht einen Zacken aus der Krone abbrechen. Da nochmal ein bisschen, oder gerade deswegen dann den Farmpass zu kaufen, weil man sagt, ey, da kann ich mir XP holen, da kann ich Geld holen. Und, ja, viele weitere Beispiele halt, ne. Anpassbare Deko, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, weiß nicht, also ich habe Tausende davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch hier vielleicht, und wenn es so eine andere Deko ist, die man schon tausendmal hat oder so, dass man hier auch eine Auswahl rausmacht und dann einfach dann, ja, nicht mehr, nicht so viele anpassbare Dekorationen dann da hat. Hier kriegt man dann zwei Puzzleteile, hier haben wir weitere Schübe und dann kommen wir zu den Diamanten. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt in Hayden nicht so gut finde. Man kann den Farmpass immer nur für Geld kaufen und in anderen Spielen von Supercell, Beispiel, ich weiß, dass es, glaube ich, bei Brawl Stars so ist und ich glaube auch bei Clash Royale, da gibt es auch diesen Pass Royale und den Battle Pass, wie der auch bei Brawl Stars heißt, weiß ich gerade nicht. Aber man kann in diesem Pass sich Juwelen bzw. Diamanten erspielen und mit den Diamanten den nächsten Farmpass wieder freischalten. Und das würde ich halt auch in Hayden feiern, wenn man hier nicht nur Diamanten für die Gemeinschaft schicken kann, sondern auch noch einen Perk, und wenn es am Ende vom Farmpass ist, ist ja egal, dass man auch Diamanten bekommt und nicht nur den Farmpass mit Geld erwerben kann, sondern auch mit Diamanten. Das wäre halt eine coole Funktion, dass man sich den Farmpass quasi mit dem Spielen auch wieder erspielen kann. Man muss ja nicht den kompletten Farmpass erspielen können, aber wenn man zum Beispiel den ersten von drei Farmpässen erspielen kann und dann nochmal 10 Euro statt 15 Euro ausgibt um einfach dann die letzten beiden noch zu haben, wäre das halt schon eine geile Sache, die man hier auch noch ändern kann. Das würde halt für die Free-to-Play-Spiele attraktiver sein und auch für die Leute, die Geld ausgeben. Da hat man einfach viel mehr Ansporn, den Farmpass zu spielen und den Farmpass dann auch wieder zu erspielen, weil das macht einfach auch einen Riesenunterschied. Die nächste Sache ist, mit dem Update kam ja auch hier Silo und Scheunen-Sagen hier als Update hinzu. Und das Problem daran ist, gerade bei Niedrig-Level-Farmen, wenn die eine Scheune haben von 500 oder Silo von 400 und dann die 50 Plätze kriegen, das ist im Verhältnis mega, mega viel. Im hohen Level ist es halt gar nichts. Das ist der erste Punkt. Das ist halt einfach beim hohen Level einfach nichts. Das ist wie Luft. Also wenn ich jetzt hier 50 Plätze Scheune kriege, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied. Der zweite Punkt ist, wenn der Niedrig-Level-Farmen die Plätze bekommt, in der Scheune oder im Silo, und dann der Monat vorbei ist, sagen wir mal von 500 auf 550, dann hat er 550 Dinger da drin und dann muss er erstmal zusehen, welche 50 Dinger verkaufe ich jetzt, weil sonst kriegt er keine Tools mehr beim Weizen-Farmen, er kann nichts mehr im Shop einkaufen und ist einfach komplett gelähmt. Seine ganzen Produktionsplätze stehen still. Ich kenne das noch, als ich im niedrigen Level war und meine Scheune war dauerhaft voll, ich wusste nicht, was ich verkaufen soll. Also ich habe ein Video hier gemacht, wie ihr eure Scheune richtig managt, aber nichtsdestotrotz sind diese 50 Plätze mehr am Ende des Monats eine Qual statt was Gutes, weil die, ja, das ist einfach echt schwierig, gerade wenn man nicht so ganz weiß, wie manage ich die Scheune richtig. Deswegen würde ich hier empfehlen, einfach ein komplettes Upgrade zu geben. Also nicht, dass man hier 50 Plätze kriegt, weil 50 ist ja sowieso ein Upgrade, also ab 1000. Unter 1000 ist 25, aber ab 1000 kriegt man 50 Plätze und wenn man hier einfach sagen würde oder auch als Auswahl macht, damit es nicht zu OP ist, dass du ein Silo- oder ein Scheune-Upgrade kriegst. Das wäre halt eine mega coole Sache, dass man einfach sagt dann, boah, ein Upgrade, zack, erweitert. Die Scheunerweiterung oder Siloerweiterung behält man dann einfach, aber wenn man dann ein komplettes Upgrade kriegt, ist es halt viel mehr eine Hilfe als diese temporären 50 Plätze und das wäre halt hier meine Empfehlung, das auch noch hier zu ändern. Bei den Superschüben das gleiche wie eben, macht eine Auswahl und lasst die Einsternenschübe weg. Die Einsternenschübe sind wirklich einfach gar nichts. Also ja, obwohl es ein Superschub ist, aber Einstern ist halt einfach wirklich nichts. Deswegen hier, es ist der Farmpass, wir sind im gekauften Farmpass, dann geht weg mit den Einsternenschüben, wirklich. Also Einsternenschübe ist, finde ich persönlich, eine Frechheit. Ich meine, es gibt hier XP, Geld, alles mit 5 Sternen, aber Superschübe, da brechen die sich ein Ast ab, hier mit Einstern. Ich meine, gleich gibt es noch Drei-Sterne-Schübe, aber trotzdem, das ist halt einfach echt, ich finde es nicht gut, wirklich nicht, ich finde es echt nicht gut, hier mit den Einsternenschüben. Das ist nicht so, nicht so mein Ding. Und noch eine weitere Sache ist, ich würde mich sehr freuen, gerade auch wenn es hier im letzten Farmpass dann noch in den kostenlosen Bereich alle Belohnungen gefüllt werden. Ich meine, man muss jetzt nicht alles unbedingt füllen, aber ich würde es halt feiern, weil wenn ich jetzt Free-to-Play bin, oder auch mit meiner Tausender-Challenge, wo ich ja dann den nächsten Farmpass nicht mehr gekauft habe, gucke ich mir den Farmpass so an und sehe so, ach, im ersten Farmpass gibt es ja richtig viel unten und dann bei dem zweiten oder dritten Farmpass, da lohnt sich das gar nicht mehr für mich zu spielen. Weil wenn ich Free-to-Play bin, was will ich mit 4 blauen Gutscheinen, was will ich mit 2 Karten teilen oder lila Gutscheinen, ich meine, klar, die Hauptbelohnungen an sich sind nochmal was Gutes, aber der Weg dahin ist einfach nur eine Qual, weil man einfach keine richtigen Belohnungen dafür kriegt. Deswegen würde ich auch hier, gerade auch für die Free-to-Play-Spieler, wünschen, dass es hier mehr Belohnungen reinkommen in einem kostenlosen Weg. Das wäre halt schon hier eine große Verbesserung und ich meine, die Verbesserung, die ich jetzt genannt habe, das ist kein großes Update. Das ist ja schon alles das, was ja schon im Spiel enthalten ist. Und wenn sowas als Update durchgehen würde, das wäre viel besser als eine neue Maschine, viel besser als neue Produkte, und auch viel, viel besser als manchmal Tiere, die neu reinkommen, die man erst in 2-3 Monaten freigeschaltet hat. Ich meine, ich will damit die Updates nicht schlecht reden, ich möchte einfach nur sagen, so könnte auch mal ein Update aussehen. Wenn man einfach nur den Farmpass nimmt und komplett überarbeitet und so macht, dass die Leute viel mehr Spaß haben, den zu spielen und auch viel ehrgeiziger sind, was den Farmpass angeht. Mittlerweile ist das ja so ein bisschen in der Schwebe, aber das sind meine Empfehlungen für den Farmpass. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, schreibt die mal gerne in die Kommentare, wird alles an Supercell weitergeleitet und vielleicht haben wir ja demnächst mal wieder ein paar neue Sachen hier im Farmpass. Wenn ihr euch den Farmpass gönnt, nichtsdestotrotz, denkt natürlich hier gerne an den Creator-Code, unterstützt mich sehr und macht nicht den Fehler und gebt ihn hier mit Leertaste ein, weil viele Nachrichten erreichen mich manchmal, dass wenn die dann hier zum Beispiel auf den Vorschlag klicken, kommt hier so eine Leertaste hin und dann geht das nicht. Seht ihr das? Dann steht da ungültiger Code. Deswegen müsst ihr immer hinten dann die Leertaste wegmachen, auf Genehmigen gehen und dann geht das hier. Dann habt ihr den erfolgreich eingegeben. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen, lasst noch gerne ein Abo oder Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.